Gestern Abend um 23 Uhr fand ein Mitglied unserer Wodentruppen ein was sehr interessantes. Sehen Sie sich das selbst an. Ich bin Amerikaner. Dank Ihnen kommt ein amerikanischer Held nach Hause. Ein Kriegsgefangener wurde umgedreht. Wenn er ein Terrorist ist, müssen alle Augen und Ohren ab sofort auf Sergeant Brody gerichtet sein. Homeland. Immer drei Folgen ab dem 7. August. Puls 4.